hallo schön dass du da bist hier beim podcast happy holy and confident dein podcast fürs herz und den verstand mein name ist laura malina seiler und meine vision ist es hier in meinem leben so viele menschen wie möglich für ihre eigene persönliche und spirituelle weiterentwicklung zu begeistern und dafür bin ich hier dafür ist dieser podcast hier und in diesem podcast bekommst du unglaublich viel inspiration tools gedanken ganz ganz inspirierende interview gäste rund um das thema moderne spiritualität und persönliche weiterentwicklung und ich bin einfach sehr dankbar dass du hier bist und dass wir jetzt zeit miteinander verbringen können ich wünsche dir von herzen ein frohes neues jahr und dass dich auf diesem jahr in diesem jahr nur das beste begleiten wird das wunder auf dich warten dass du dein herz noch mehr öffnen kannst und ja dass du einfach vollkommen in deine kraft kommst und dich daran erinnerst wie viel liebe und wie viel wunder in dir sind und wir starten in das neue jahr mit einer ganz tollen interview podcast folge mit fabian woltschläger das ist der autor von dem buch die quelle in dir und ein ganz wundervoller autor ein ganz wundervoller mensch und ich habe mich mit ihm getroffen in ganz viele fragen gestellt und in dem interview geht es darum wie wir wieder zu unserer eigenen wahrheit zurückfinden können wie wir unsere berufung finden können wie wir den blick von innen nach außen richten können und was das in unserem leben verändert wie du die sieben universellen gesetze für dich nutzen kannst und über ganz viele andere thema wie gesprochen und fabian ist einfach ja ein ja ich weiß auch ich weiß gar nicht wie ich ihn genau beschreiben kann aber es sehr besonders dadurch dass er einfach so sehr in seiner eigenen wahrheit lebt und die auch so klar für sich formulieren kann und ich war sehr sehr inspiriert nach dem gespräch und hoffe du auch man wünsche dir jetzt unglaublich viel freude mit dieser podcast folge und schön dass es dich gibt ich freue mich hier so sehr heute einen ganz besonderen menschen im podcast zu haben den ich selber schon seit langer zeit mit ganz viel liebe quasi beobachte und sehe was du so geschaffen hast in den letzten jahren und ja deine arbeit unglaublich wertschätzt und deswegen bin ich ganz froh dich heute im podcast zu haben fabian schön dass du da bist vielen lieben dank es mir eine ehre bei dir sein zu dürfen richtig schön für alle die dich vielleicht noch nicht kennen weil du ja quasi gar nicht so social media dich da gerade erst so reinarbeit ist eigentlich das heißt für alle die dich noch nicht so kennen wer ist fabian bolschlinger dann beginnst du direkt mit der schwierigsten frage ich weiß es selbst noch nicht ganz genau für die meisten meiner leser bin ich autor ich bin 26 jahre jung kommen aus dem westen von deutschland aus emmerich am rhein meiner kleinen stadt habe vor einem jahr mit dem schreiben begonnen habe das als meine berufung entdeckt habe seitdem zehn bücher schreiben dürfen und okay ganz kurz also dass in einem jahr zehn bücher geschrieben ja genau genommen in einem halben jahr aber man muss aber fairerweise dazu sagen dass fünf der bücher eine reihe bilden und das gleiche grundskript enthalten also das ist dann natürlich macht es viel leichter verständlich es ist so viele du wirst es selbst wahrscheinlich am besten wissen wenn man in seiner berufung ist du sagst es selbst unter anderem für dich ist das podcast es kommt einfach du liebst das und das habe ich mit dem schreiben also ich setze mich hin ich habe wenn ich ein buch schreibe grob eine idee doch mehr auch nicht der rest kommt einfach es fließt ich habe eines meiner bücher ist auch nur ein kleiner ratgeber der war unter anderem am beliebtesten ist das sind die sieben geistigen gesetze habe ich an zwei tagen geschrieben ja lass uns mal direkt weil ich liebe die sieben geistigen also ich liebe es einfach die über die universellen gesetze auch zu sprechen weil das ein thema ist wo ich auch in meinem buch zum schluss drüber geschrieben habe weil ich einfach glaube dass wenn man sich darüber bewusst ist welche gesetze einfach wirken es wesentlich einfacher ist das eigene leben zu erschaffen und zu sein weil du einfach nicht mehr gegen etwas arbeitest sondern mit etwas arbeitest wie bist du auf die sieben geistigen gesetze gestoßen also wo wo sind sie dir begegnet und wie arbeitest du selbst mit den sieben geistigen gesetzen ich interessiere mich immer für den ursprung der dinge also wenn wir irgendwann beginnen aus welchen unterschiedlichen gründen auch immer uns mit der spiritualität zu befassen merken wir recht schnell dass diese materielle welt auf die wir uns vorher meist fokussiert haben in der regel die symptome abbildet die wirkung aus einer bis dahin unentdeckten ursache und deswegen habe ich immer nachdem ich gemerkt habe okay da ist noch etwas größeres hinter diesem vorhang den wir alle sehen auf der äußeren ebene habe ich versucht das zu finden was was als ursache dient für alles was wir sehen und da bin ich unter anderem auf den buddhismus gestoßen auf den daoismus etc habe da mal leicht rein gehorcht aber bei der hermetik bin ich stehen geblieben weil sie für mich alles vereint hat und als erste lehre habe ich selbst zumindest keinen widerspruch darin entdecken können und alles damit abdecken können sie ist so unglaublich allumfassend und wir können sie im alltag wieder entdecken wir können mit ihr arbeiten und deswegen hatte die hermetik für mich immer eine ganz besondere rolle und ich habe mich jahrelang mit ihr befasst und deswegen konnte ich auch letztlich das buch so schnell schreiben was würdest du sagen also wenn wir jetzt über die sieben ich finde das gerade so spannend weil du bist mein erster podcast der sich da auch so mit beschäftigt hat deswegen bin ich da gerade wenn wir über die sieben geistigen gesetze sprechen das ist ja was du gerade gesagt hast häufig sind die dinge so ein bisschen abstrakt und wenn man jetzt zum beispiel hört dass alles eins so wo man denkt so ja klar irgendwie im kopf okay wir sind alle verbunden ist alles eins aber wie überträgst du die geistigen gesetze konkret in deinem leben zwei der geistigen gesetze helfen mir immer besonders um einfach mal ein beispiel nennen zu können das ist einmal das gesetz der schwingung auch das ist ja sowas gerade im esoterischen bereich das hört man immer alles besitzt eine schwingung hat zunächst aber nicht allzu viel wert für unseren praktischen alltag wenn man das aber einmal übersetzt bedeutet das für mich zumindest dass alles sich immer bewegt alles unterliegt einer ständigen veränderung und wenn man das sehr stark verinnerlicht hilft das einem dabei sich nicht mehr an gewisse dinge zu klammern alles was wir in unserer körperlich geistigen welt empfangen wird uns irgendwann auch wieder verlassen in dieser körperlich geistigen welt und viele unserer probleme entstehen ja dadurch dass wir uns mit etwas identifizieren und dadurch anders etwas binden und wenn dieses etwas dann verloren geht warum auch immer entsteht viel leid und das gesetz der schwingung offenbart uns dass aber alles immer schwingt sich alles immer bewegt und je tiefer wir diese erkenntnis in uns transzendieren desto mehr hilft es uns eben nicht mehr daran zu binden weil wir wissen okay es wird mich irgendwann verlassen und wenn wir diese angst verlieren vor dem verlust können wir es während es noch bei uns ist viel mehr genießen und ein anderes gesetz ist das gesetz der polarität das ist so die nachstufe nach der dualität wenn wir uns noch nicht so sehr mit spiritualität befassen sehen wir sehr vieles immer als getrennt entweder oder die polarität besagt dass alles zwei seiten hat und untrennbar verbunden ist also statt entweder oder sowohl als auch und dadurch können wir sachen eine neue bedeutung schenken statt ihm eine negative bedeutung zu schenken können wir versuchen etwas positives in einer sache zu finden ich nenne das den ausgleich und das wiederum hilft uns gewisse umstände zum beispiel anzunehmen und keinen widerstand mehr zu erschaffen das sind jetzt nur zwei beispiele wie ich die hermetik für mich im alltag nutze und versuche das mit anderen zu teilen finde ich super spannend ich mache es tatsächlich ganz ehrlich gerade auch das gesetz der polarität hat mir schon super oft geholfen also weil ich sehe das immer quasi vor meinem ich bin sehr bildlicher mensch und ich sehe vor meinem inneren auge dann immer einfach so eine wie so eine linie auf der ich mich halt hin und her bewegen kann zwischen den polen ja und als beispiel wenn ich krank bin kann ich mich auf dieser auf diesem pol in zur gesundheit bewegen ich muss mich einfach nur energetisch auf diesem pol bewegen es ist nicht ich bin entweder krank oder gesund sondern es ist ein ausdruck meiner körperlichen verfassung und auf dieser linie kann ich mich hin und her bewegen sie und das ist eine innere haltung wie ich das verändern kann genauso wie mit geld ja dass man armut oder reichtum sind ja beides zwei pole einfach von geld und da einfach das ist man kann sich energetisch dahin und her bewegen und das ist beides das gleiche von einer sache ja ja sehr schönes beispiel ja super spannend und bei dem gesetz der schwingung würde ich gerne gerade noch mal kurz darauf eingehen du hast gesagt wenn wir die angst davor loslassen etwas zu verlieren dann können wir es ja in dem moment auch viel mehr genießen macht total sinn jetzt kommt kurz der schiff ins leben wie lässt du die angst los also wie was was hast du für dich für eine also reicht es für dich auf der verständnis ebene zu wissen alles schwingt und es verändert sich ja eh deswegen brauche ich keine angst haben oder hast du für dich auch tool oder eine innere übung eine achtsamkeitspraxis dass du dich bewusst von deiner angst dass du sie sehen kannst und gehen lassen kannst oder wie wie gehst du damit um ja also einerseits hilft mir das verständnis sehr ich bin ein sehr rationaler mensch vor allem die wiederholung des verständnisses so dass sie immer tiefer sacken kann das hilft mir sehr wie wiederholst du die dinge für dich vor allem durchs lesen selbst also ich lese sehr viel was ich auch sehr gerne mache das ist eine meiner hauptübungen die ich auch weitergebe und das habe ich nicht erfunden das ist die meditation der verlust wenn wir das wenn wir das betrachten was du gerade gesagt hast der verlust ist ja erst einmal meistens haben wir angst etwas zu verlieren was wir gerade noch haben das heißt wir haben in gewisser weise angst vor der zukunft und was da extrem hilft wahrscheinlich oder eine der wertvollsten übungen der welt ist die gegenwärtigkeit und die gegenwärtigkeit zu entwickeln können wir durch verschiedene methoden aber eine der effektivsten ist wahrscheinlich die meditation ich habe auch damals mit meditation begonnen also das war auch mein einstieg in diese spirituelle praktische welt ich habe es vor ich habe vor etwa fünf jahren meine heutige frau kennengelernt davor war ich noch ein gänzlich anderer mensch sie hat mich dann nicht umgepolt aber sie war einfach ganz anders und dadurch dass du dann so einen menschen begleitest schwingt diese energie über und dann habe ich mich das erste mal etwas mit spiritualität befasst recht schnell trifft man dann ja auch auf die gegenwärtigkeit und ich habe erstmalig versucht gegenwärtiger zu werden weil ich damals immer sehr stark in der zukunft gelebt habe aber wirklich regelmäßig meditiert habe ich tatsächlich erst begonnen etwa vor eineinhalb jahren würde ich sagen und du hast gesagt vor fünf jahren du hast ein komplett anderer mensch du hast gesagt du bist 26 das heißt du hast 21 ich richtig rechnen kann wer warst du damals also ich stelle mir jetzt mal kurz vor der fabian mit 21 würde hier auf der couch mit mir sitzen was würde der mir gerade erzählt dass alles was wir beide erzählen quatsch ist definitiv also ich war sehr von mir selbst überzeugt dachte ich hätte die welt verstanden habe nach außen hin versucht mich so zu geben dass ich ein sehr starker junger mann bin war rückblickend betrachtet aber sehr klein innerlich man hätte mich wahrscheinlich als macho bezeichnen können in meinem fokus standen die typischen dinge für einen spät pubertierenden feiern frauen alkohol all diese dinge ja und um auf deine frage zurückzukommen ich hätte mit all dem hier gar nichts anfangen können und durfte erst durch meine frau langsam da rein finden bzw wieder zurückfinden wenn ich da mal kurz zurück schweifen darf eigentlich bin ich von kind auf ein sehr introvertierter mensch und ich hatte damals ich habe diesen shift gehabt das war etwa auf der weiterführenden schule als ich weiß ich nicht 13 14 15 wurde bis zu diesem alter hatte ich immer extreme schwierigkeiten mich einzugliedern als ich sehr jung war wurde bei mir auch das asperger syndrom vermutet weil ich eben extreme kontakt und kommunikationsstörungen hatte und so in mich gekehrt war und dieses leid was dadurch entsteht dass du dich als kind nicht in die gesellschaft eingliedern kannst das wurde immer höher und höher bis ich irgendwann dann mit 13 14 15 erstens das leid so hoch wurde dass ich darunter zerbrochen wäre und es sich etwas ändern musste und zweitens ich auch immer mehr verstanden habe durch beobachtung durch welche maßnahmen ich mich einwidern kann und ich dann von diesem einen extrem in mir geht so in sehr in mir eingezogen in dieses andere extrem gewechselt bin und sehr nach außen orientiert war und dieses nach außen orientiert habe ich dann auch als extrem ausgelebt bis ich dann in etwa 21 war und meine frau kennengelernt habe und dann habe ich wieder zurückgefunden wie war das als du dann deine frau getroffen hast ich stelle mir gerade vor 21 macho ich habe die welt komplett verstanden und dann triffst du auf eine frau die wahrscheinlich dann schon auf ihre schon weiter auf ihrem eigenen spirituellen weg war wie war das für dich als du anfänglich mit diesem thema in kontakt gekommen bist also wie wie hast du dich dann dafür geöffnet befremdlich ich muss sagen dass ich mich mehr oder minder dafür öffnen musste weil ich meiner freundin damaligen freundin gefallen wollte und sie einfach dieser mensch war und sie hat sich darin auch nicht beirren lassen es ist muss es in einer der vergangenen podcast folgen mal erwähnt es ist so ein weg da gibt es kein zurück und deswegen war es nicht so wahrscheinlich dass sie sich verändern würde in meine richtung gleichzeitig hat sie sich aber auch hat sie sich hat sie mich nie bedrängt aber einfach dadurch dass sie so war wie sie war und ich sie vom ersten moment an liebte und bei ihr sein wollte und bleiben wollte kam meine veränderung dann und am anfang muss ich zugeben habe ich mich nicht so damit identifizieren können eigentlich sogar gar nicht habe sogar manches so als humbug abgetan aber irgendetwas in mir hat mir dann auf dauer gesagt dass das richtig ist oder richtiger ist als das was ich lebe damals ich hatte schon vorher immer die mehr oder minder erkenntnis die aber noch nicht so tief war dass das was ich damals gelebt habe mich nicht erfüllt dass das ganze feiern kurzfristig erfüllung bieten kann aber langfristig er das loch immer immer weiter gräbt und dann habe ich gesehen dass sie mit all dem obwohl sie das nicht macht obwohl sie nichts von dem tut in dem ich erfüllung gesucht habe wesentlich erfüllter war als ich und wahrscheinlich war das auch so ein punkt wo ich gedacht habe vielleicht sollte man da mal mehr hinhören und dann gegen deine eigene reise quasi los du hast dann angefangen was war so was waren die ersten dinge die du gemacht hast auf deinem eigenen spirituellen weg die ersten veränderungen waren tatsächlich äußerlich es waren am anfang so dinge wie dass ich damals geraucht haben mit dem rauchen aufgehört habe das heißt ich habe mehr auf meine gesundheit geachtet ich war weniger feiern ich habe weniger alkohol getrunken beim feiern ich habe kein fleisch mehr gegessen ich war damals dadurch dass ich mich selber das außen definiert habe war ein großer teil meinem leben ist der kraftsport das heißt habe ich auch selber mein körperliches erscheinungsbild definiert und da gehörte damals zu dass man als kraftsportler viel eiweiß braucht um muskeln aufzubauen muskeln zu erhalten etc und deswegen war fleisch immer für mich ich habe damals über ein halbes kilo fleisch am tag gegessen und ich war gesundheitlich auch nie so so auf der auf der höhe ich hatte immer sehr viel erkältung beispielsweise komisch man macht sich da gar keine gedanken in dem zustand genau und dann habe ich auch ohne dass sie mir das aufgezwungen hat von einem auf den anderen tag gesagt ich esse kein fleisch mehr und damals war das thema veganismus noch gar nicht so stark verbreitet wie es heute da ist oder vegetarismus auch aber ich habe dann sofort gemerkt dass ich mich besser fühle nicht nur äußerlich sondern auch innerlich und dann durch die erkenntnis dass äußere veränderungen bereits so viel beitragen können dann ging es dann auch immer mehr nach innen bzw ich unterscheide immer gerne zwischen diesen ich nenne es dimensionen die äußere dimension und die innere dimensionen die körperliche und die geistige und die beiden sind analog also untrennbar auch verbunden und wenn man sich äußerlich oder innerlich verändert geht die andere veränderung irgendwo immer mit einher bei mir hat es mit der äußeren begonnen und dann ging es immer mehr nach innen und was waren denn so die ersten inneren veränderungen die du gemerkt hast dass ich also die größte veränderung bis heute die damals dann in anlauf nahm sage ich mal war dass ich nicht der sein muss den die gesellschaft gerne hätte in anführungsstrichen ich war damals als ich meine heutige frau dann kennengelernt habe versicherungs- und finanzkaufmann das heißt auch das thema geld verdienen stand für mich damals immer hatte eine hohe priorität und ich war recht erfolgreich in dem was ich getan habe im rahmen der ausbildung und von mir wurde aber auch dann zumindest in meinem freundeskreis und in meinem beruflichen umkreis erwartet so zu sein und ich dachte auch immer dass es das ist was ich möchte ich habe dann aber das erste mal immer weiter hinter die fassaden blicken können und sehen können dass es eigentlich gar nicht so das ist was ich möchte dann kam aufgrund dieser inneren veränderungen wie gesagt alles analog auch wieder die äußere veränderung dass ich immer unglücklicher an meinen beruf wurde am anfang der ausbildung war es für mich das beste ich habe als ich meine heutige frau kennengelernt habe zu meiner ich weiß noch wie ich zu meiner heutigen schwiegermutter gesagt habe das ist das was ich ein leben lang machen werde und sie sagte schon damals weil sie auch schon sehr spirituell war das glaube ich nicht ich habe doch auf jeden fall aber wenige monate und jahre danach habe ich mich immer weiter davon abgewendet weil ich immer näher zu mir selbst gefunden habe und dann springen jetzt einmal zu dem tag wo du deine berufung gefunden hast wenn es diesen tag gab oder wie bist du dann wie hat das schreiben dich gefunden es war so dass ich nach meiner ausbildung in die selbstständigkeit gegangen bin ich wusste zwar damals noch nicht was ich machen wollte aber ich wusste was ich auf jeden fall nicht mehr wollte und das war für mich angestellter zu sein weil ich mich da nie frei gefühlt habe ich hatte in meiner ausbildung zunehmend probleme befehle entgegenzunehmen und blind auszuführen und somit habe ich meine ausbildung dann noch mit ach und krach beendet wusste aber dann hier kann es nicht weitergehen dann habe ich zunächst weil ich nicht wusste was ich machen sollte als im versicherungsmarkt habe ich damals selbstständig gemacht das hat aber zum glück alles nicht funktioniert letztlich bin ich dann habe ich zu einem unternehmen gefunden du wirst es kennen die gehst du 24 und das war für mich damals ein absoluter traumjob für alle die es vielleicht nicht kennt die gehst du 24 ist ein unternehmen das im bereich online marketing anderen unternehmen hilft und ich habe mich immer schon für online marketing stark interessiert und ich vergleiche das immer damit für mich war der job bei digistore 24 so für jemanden der sich für autos interessiert als wenn er für ferrari arbeiten dürfte das war absoluter traum und dann habe ich mich dort innerhalb von wenigen monaten hochgearbeitet zum content marketing manager und hatte damit beruflich was für mich immer noch einen hohen stellenwert hatte das berufliche mein vorzeitiges traumziel erreicht gleichzeitig war ich immer noch nicht glücklich mit meinem leben und das hat mich total erschüttert dadurch dass ich dann zunehmend viel verantwortung in meinem job hatte hatte ich auch erst mal ich habe meinen körper rebelliert und ich hatte zum ersten mal in meinem leben migräne bis dahin kann ich das nur so ausfüllen und ich dachte auch ein bisschen kopfschmerzen ist nicht so schlimm aber bei mir waren diese migräne anfälle wurden extrem schmerzhaft also es waren extreme kopfschmerzen die immer intensiver wurden die anfälle wurden immer mehr in kürzester zeit und ich stand dann schließlich vor der entscheidung das war eine der schwierigsten entscheidungen in meinem leben bisher mein absoluten traumjob von dem absehbar war dass ich einen solchen job nie wieder erhalten werde dass ich den aufgeben musste und das war für mich extrem schwierig damals ich habe ihn dann aber aufgegeben weil die körperliche und damit auch geistige last immer immer schwerer wurde und ja dann habe ich bei digistore damals gekündigt und ich hatte zum ersten mal in meinem leben gar keine perspektive mehr ich war wie ich eben schon angedeutet hatte ich habe immer stark in der zukunft gelebt ich hatte immer ein bild von mir dass ich irgendwann mal der und der sein möchte und zum ersten mal wusste ich nicht mehr wer ich sein möchte ich hatte eigentlich mit dem beruf vieles von dem was ich haben wollte ich hatte eine super tolle freundin tolle freunde mein traumberuf mein beruf hat zu der zeit war das wichtigste für mich und das ist weggefallen ich hatte keine perspektive mehr und das war für mich auch der knackpunkt an dem ich gesagt habe all das was ich die jahre davor auch gelesen hatte ich habe mich viel im spirituellen bereich belesen aber dann hatte ich dieses problem was glaube ich viele in dem bereich haben ich wusste theoretisch wie man erleuchtet wie man erleuchten kann aber ich war da so weit von entfernt also diese theorie hat sich nie in die praxis transzendiert und da ich keinen anderen ausweg mehr kannte habe ich mir dann vorgenommen endlich dieses ganze theoretische wissen mal nach und nach praktisch anzuwenden ich habe mich mehrere wochen total zurückgezogen das ist auch der punkt an dem glaube ich viele menschen beispielsweise auf reisen gehen viele menschen finden er näher zu sich auf reisen ich hatte aber damals kein geld dazu und hatte auch extrem viele verbindlichkeiten ich konnte nicht einfach weg deswegen habe ich mich einfach zu hause sehr zurückgezogen habe versucht mich nur auf mich zu konzentrieren mehr oder minder habe mit dem meditieren extrem regelmäßig begonnen und habe einfach gemerkt dass obwohl äußerlich die umstände sehr schlecht aussahen ich hatte keinen keinen job ich wusste nicht welchen job ich machen könnte ich hatte nur ein sehr knappes konto von dem ich wusste das wird nicht ewig reichen aber ich habe versucht all das außer acht zu lassen nicht zu ignorieren aber anzunehmen und den frieden nachdem ich eigentlich immer gesucht habe in mir zu finden und ich habe gemerkt dass trotz dieser misslichen lage ich dann immer freier wurde ich immer besser gefühlt habe und dann hat meine berufung das schreiben letztlich mich gefunden es war so dass ich bei digistore etwas lange antwort ich bin gleich fertig eine unglaubliche schöne es war so dass ich bei digistore ich habe als content producer angefangen das bedeutet ich habe ja inhalte produziert und da habe ich teilweise auch schon texte geschrieben und ich habe gemerkt dass mir das sehr viel spaß macht allerdings waren das damals marketing texte das heißt jetzt habe ich da auch nur fehle befolgen habe jetzt nicht meiner kreativität frei aufgelassen aber ich habe gemerkt das schreiben ist etwas das macht mir sehr viel spaß durch das geschriebene wort mich auszudrücken ich hatte da auch ein gewisses talent für glaube ich zumindest wurde das von außen so gesagt dass die texte sehr gut sein und dann irgendwann habe ich zufällig auf facebook die meisten werden es kennen dass facebook heutzutage ja voll von werbeanzeigen ist und dann habe ich da zufällig einen jungen mann entdeckt der gesagt hat dass man heutzutage bücher schreiben kann ohne dass man einen verlag braucht und das klang für mich von von vornherein sehr interessant und dann habe ich mich da reingelesen und habe eben diese möglichkeit entdeckt dass heutzutage eigentlich jeder mensch autor sein kann seine eigenen bücher im selbstverlag veröffentlichen kann und dann kam eins zum anderen dass in mir etwas war das so sehr danach gerufen hat rauszugehen dass ich das mit den mit meinen mitmenschen teile und das am besten mit dem was ich am besten kann und das ist glaube ich schreiben und dann war es so du hast für dich rausgefunden okay ich kann ein buch schreiben ohne ein verlag zu haben und du hattest diesen ruf in die hast du gerade gesagt dass da was raus möchte wie war der erste tag als du deinen laptop oder den computer aufgemacht hast und die ersten worte geschrieben hast was was kam da durch dich durch was waren das für gefühle wo kam das her wie wie war das für dich wo das herkam kann ich bis heute nicht so richtig beschreiben muss ich ehrlich zugeben generell ist dieses ganze den schreibprozess zu beschreiben ist sehr schwierig weil es wirklich so ist und es für mich als rationalen menschen schwierig zu sagen aber es ist nun mal so wie es ist ich habe ein grobes thema im kopf dann setze ich mich hin und ich schreibe es auch also es ist nicht so dass ich das ist wie fremdgesteuert wäre und satz für satz aus mir rausspudelt natürlich überlegt man was man wie schreibt und ich revidiert dann auch wieder viel aber es kam dann einfach schwierig zu beschreiben hattest du hattest du selbst zweifel so kann ich das überhaupt ich habe ja noch nie geschrieben auf jeden fall auf jeden fall dazu muss ich auch sagen dass alles dagegen gesprochen hat dass ich in irgendeiner weise einmal ein erfolgreicher autor werden würde das war aber auch gar nicht mein ziel für mich stand nur damals fest ich möchte schreiben und natürlich im besten falle möchte ich davon meine existenz sichern können aber ich muss damit nicht extrem viel geld verdienen ich muss damit nicht die ganze welt erreichen ich möchte einfach die menschen die es brauchen erreichen ich hoffe dass es ihnen genauso hilft wie mir wie es mir geholfen hat dieses wissen und das war alles also nichtsdestotrotz im deutschunterricht damals war ich nicht gut ich habe nie eine universität besucht ich habe all das was vielleicht viele klassische klassische autoren als background haben hatte ich nicht natürlich kam ab und zu zweifel auf also das möchte ich gar nicht verneinen aber es stand immer im mittelpunkt dass ich schreiben möchte und dass alles was darauf folgt zweitrangig ist und wenn so gedanken da waren die also wo du an dir selber gezweifelt hast hast du dann den fokus immer wieder dahin geschifftet dass du einfach schreiben möchtest das also hast du dich immer sozusagen wieder in die freude rein gelehnt oder wie bist du wie bist du mit den zweifeln umgegangen ja es war auch da wieder das thema gegenwärtigkeit also zweifel sind ja eine form von angst und angst entsteht ja in aller regel dazu dass wir bezug zu etwas hypothetischem in der zukunft nehmen aber ich glaube wenn man seiner berufung folgt ist man so gegenwärtig dass nicht allzu viel platz für angst angst bleibt und wenn ich darin war habe ich versucht wieder in den gegenwärtigen moment zurückzufinden und ich glaube auch dass es so ein wechselspiel ist dass ich auch nur dadurch diesen schreibfluss hatte das heißt wenn ich immer in der angst geblieben wäre dann dann fließt es auch einfach nicht im wahrsten sinne des wortes und ja die gegenwärtigkeit selbst hat mir da auch viel geholfen und natürlich auch die eigenen methoden wir hatten am anfang die polarität angesprochen ich nutze das auch als aktive methode ich nenne es halt den ausgleich wir haben ein energetisches ungleichgewicht in uns dass uns so etwas wie angst bewegt das resultiert in der regel dadurch dass wir einer gewissen vorstellung eine negative bedeutung gegeben haben aber man kann sich durch achtsamkeit beispielsweise dieser negativen bedeutung bewusst werden und sie umkehren das heißt du gibst dieser vorstellung eine neue bedeutung das ist für mich der ausgleich und das schreiben hatte für mich eine wundervolle bedeutung und sobald ich mir dessen wieder bewusst geworden bin die angst losgelassen habe das heißt ganz konkret um das einmal zu übersetzen für alle die die gerade zuhören und sagen ja ich habe auch irgendwie diesen ruf in mir zu schreiben oder das ist wofür ich hier bin in die welt zu bringen aber ich habe diese zweifel noch du hast quasi dich immer wieder auf auf dein herzens warum konzentriert und bist sozusagen immer wieder in dein herz geschifftet hast gedacht ist ich liebe es zu schreiben das ist wunderschön zu schreiben und aus daraus hast du geschrieben und nicht aus dem gefühl ich muss es irgendjemandem gerecht machen oder die erwartung oder wer ist eigentlich ein guter autor und so weiter und so fort sondern durch achtsamkeit immer wieder in dein herz und dann von da geschrieben was da perfekt passt ist dieser spruch den sicherlich viele kennen wenn du dein warum kennst findet da findet das wie immer seinen weg und so ist es wirklich ja das erste buch was du dann geschrieben hast ist die quelle in dir genau worum geht es in dem buch also guter titel vielleicht in deinen eigenen worten noch kurz erzählen worum geht es in dem buch es geht grundsätzlich in jedem meiner bücher darum zu erkennen wer du bist es geht darum zu erkennen wie die körperliche dimension also die dimension der form das was wir mit unseren fünf körper sind wahrnehmen können sowie die geistige dimension das heißt für mich ist geist ist ein schwieriges wort es hat viele unterschiedliche definitionen für mich bedeutet geist alles was in dieser dimension in uns passiert mittels unserer gedanken gefühle einfach an unseren glauben setzen unserem willen und den entscheidungen die wir treffen und letztlich alles was wir quasi mit den 15 nicht greifen genau und letztlich ist es so dass diese geistige dimension in der regel ursache dafür ist als wirkung was wir in der materiellen körperlichen dimension erleben und wenn man versteht wie der geist funktioniert es ist ja so dass niemand für deine gedanken und gefühle beispielsweise verantwortlich ist außer dir selbst letztlich auch wenn es dir am anfang gar nicht so erscheinen mag produziert du deine gedanken und gefühle selbst was ein unheimlicher segen ist weil das ermächtigt dich auch dazu deine gedanken und gefühle eigenregulativ zu verändern und was da immer im fokus stets ist der ursprung ist sind die glaubenssätze das heißt in die quelle india entsprechend wirst du zuerst dahin geführt wie gesagt wie die körperliche und geistige dimension funktioniert und durch ein verständnis wie diese dimension funktionieren wird dir dann versucht beizubringen diese dimension nach deinen wünschen zu regulieren superschön du bist ja jetzt gerade dabei ein neues buch zu schreiben ich bist gerade mitten in der hälfte des buches ja was macht dieses neue buch mit dir und was ist da vielleicht anders als die bücher die du bis jetzt geschrieben hast ja da möchte ich ganz ehrlich zu dir sein es war so dass ich diese zehn bücher geschrieben haben das letzte buch die letzten zwei bücher war ein kinderbuch und dann ein gedichtband weil ich nach den ersten ratgebern schon das gefühl hatte dass ich das meiste was ich zu teilen habe was ich selber nutze geteilt habe und dann wollte ich meiner kreativität etwas freien lauf lassen habe kindergeschichten geschrieben habe gedichte geschrieben weil mir das einfach sehr viel spaß auch gemacht hat und dann dass der gedichtband ist im mai glaube ich erschienen dann habe ich mich darauf konzentriert auch durch social media zu versuchen das was ich zu teilen habe zu teilen und bin wieder etwas zum schreiben weggekommen und dann durch den erfolg gerade von die quelle india kamen die ersten verlage auf mich zu die ersten veranstalter und langsam hat sich so dass das bild aufgebaut dass ich ich nenne es jetzt einfach mal so der nächste einer der nächsten spirituellen lehrer werde und dieses bild habe ich dann an mich genommen und habe versucht dem gerecht zu werden und ich muss aber sagen dass ich in den letzten monaten bin ich etwas von dem weg gedriftet was ich eigentlich schon so tief verinnerlicht habe und auch weitergegeben habe eben nicht einem fremden bild gerecht zu werden ich habe ein neues bild aufgebaut das vermeintlich auch besser ist das ist nicht mal ist nicht mehr der macho sondern es ist jetzt in dem beispiel der spirituelle lehrer nichtsdestotrotz war es ein bild in dem ich mich eigentlich heute so nicht sehe ich sehe mich dann eher zum beispiel noch als autor aber das war eine erkenntnis die ich auch erst vor einigen wochen wieder hatte und das neue buch geht darum ja das ist wie du gerade gesagt hast schwierig für mich in worte zu fassen weil ich noch mitten im schreibprozess bin und das neue buch geht um eine dimension die auch sehr schwierig in worte zu fassen ist ich nenne es die dimension des freien seins das ist die dimension des reinen bewusstseins im kontrast zu dem gebundenen ich und es geht darum in die quelle india zum beispiel geht es eigentlich um persönlichkeitsentwicklung es geht um glaubenssatzarbeit alles was mit einem ich zusammenhängt aber ich habe erkannt dass man noch einen schritt früher ansetzen kann was ist überhaupt dieses ich und jetzt auch wieder erst rückblickend glaube ich dass tiefe spiritualität nicht unbedingt persönlichkeitsentwicklung ist dass persönlichkeitsentwicklung ein absolut notwendiger schritt ist um dahin zu kommen aber dass es danach darum geht sich auch von dieser persönlichkeit zu entbinden in der persönlichkeitsentwicklung versuchen wir die persönlichkeit zu verändern von einer vermeintlich im weitesten sinne negativen persönlichkeit oder negativen glaubenssätzen beispielsweise zu positiven glaubenssätzen zu switchen in der spiritualität in der tiefen spiritualität wenn wir so nennen möchten versuchen wir nicht mehr eine konditionierung zu verändern sondern uns zu dekonditionieren zu versuchen den geist nicht mehr mit neuen sachen zu füllen sondern den geist vollständig zu lehren um zu sehen was übrig bleibt und darin letztendlich glaube ich alles zu finden wonach jemand suchen könnte das ist super spannend weil das gerade so ein thema ist mit dem ich mich auch sehr beschäftigt und ich habe als ich letztens da viel mich beschäftigt habe kam für mich dieses diese stufen von bewusstsein unterbewusstsein was ja so persönlichkeitsentwicklung ist wenn du wirst ein bewusstsein unterbewusstsein stellt alles um damit sich dein bewusstsein verändert und ich glaube es gibt diese dritte stufe und das ist wahrscheinlich die besprechen davon derselben stufe ich habe es für mich das urbewusstsein genannt das urbewusstsein was über dieses eine leben auch hinausgeht also was sozusagen dein spirituelles seelenbewusstsein ist und sich damit zu verbinden es ist das wo du ja dann plötzlich auch ich glaube wir reden da genau über das gleiche was ich dazu verspannend finde und für mich war es einfach so bewusstsein unterbewusstsein urbewusstsein dieses urbewusstsein ist wie die quelle aus der dann jeweils die dinge wachsen und in dem moment wenn wir zu diesem urbewusstsein zurückkommen da ist einfach alles genau und ja und da ist auch alle information ja die die man quasi in anfangsstrichen braucht um hier erkenntnis haben zu können und auch wenn man sich mit dem urbewusst also für mich ist es so in verbindung mit dem urbewusstsein ist quasi auch es ist ein ganz anderer blick auf alle erfahrungen die wir hier machen weil du sie in ganz anderen kontext setzen kannst in viel größeren spirituellen kontext als einfach nur sozusagen von diesem leben hier in diesem erspannend wenn du fertig geschrieben hast gerne noch mal tiefer drüber sprechen ja sehr gerne anscheinend haben wir da die gleiche informationen ja eine schöne eine schöne metapher dazu die finde ich das etwas vereinfacht zu verstehen weil es extrem schwierig ist mit dem geist zu erfassen weil wir hier eine dimension beschreiben die jenseits des geistes liegt die meisten von uns sind wenn sie heranwachsen in gewisser weise materialisten weil wir einfach so konditioniert werden in unserer westlichen welt dass das was wir mit unserem 15 wahrnehmen können die welt ist die nun mal existiert und viel dahinter gibt es nicht das ist eine klassische duale sichtweise und wir sehen damit gegen die dinge wenn wir dann beginnen uns mit unserer spiritualität oder mit der persönlichkeitsentwicklung zu befassen wechseln wir von der dualen sichtweise eine polare sichtweise wir können nicht mehr nur gegen die dinge sehen sondern in die dinge in die dinge hinein und dadurch weitet sich unsere wahrnehmung wenn wir dann allerdings noch einen schritt weiter gehen können wir nicht mehr nur in die dinge sehen sondern durch die dinge hindurch und dann kommen wir von der einstigen dualität danach in die polarität und letztlich in diese single singularität und das da sind wir bei diesem eins sein von dem alle sprechen was aber letztlich eben nur erfahren werden kann was ich einfach nicht in die schmalen grenzen von worte fassen lässt ich versuche es war das ist meine schwierigste aufgabe als spiritueller autor aber letztlich kann ich natürlich nie die wahrheit in worte fassen sondern immer nur versuchen auf die wahrheit hinzudeuten wunderschön ich habe in meinem podcast immer eine frage die ich all meinen gästen stelle und wir stellen uns vor wir machen reise in die zukunft heute ist der letzte tag deines lebens das ist ein wunderschönes unglaublich erfülltes leben es gab aber ein technisches problem all deine bücher sind gelöscht worden und alles was du vielleicht an videos und so weiter aufgenommen hast und ich würde zu dir kommen und sagen fabian superleid kleines technisches problem alles weg aber ich würde dir ein weißes blatt papier und ein stift mitbringen und würde zu dir sagen wenn nichts mehr in der welt von dir übrig wäre außer dieses weiße blatt papier und du hättest die möglichkeit drei weisheiten auf dieses blatt papier zu schreiben was würdest du darauf schreiben finde heraus wer du bist das ist so die der der allem oder ja doch der allem überstehende ratschlag und natürlich aber extrem viel hinter steht was man eben nicht auf ein weißes blatt papier stecken könnte wenn man versucht es etwas praktischer auszudrücken und bei den drei punkten zu bleiben wäre es versuche dich anzunehmen schrittweise das ermächtigt dich dazu dein nächsten anzunehmen und das letztendlich ermächtigt dich dazu deinen entferntesten anzunehmen und wenn du dich und alles um dir angenommen hast hast du herausgefunden wer du bist denn damit haben wir dann alle blockaden beseitigt und wenn alle blockaden beseitigt sind bleibt nur noch das übrig was wir sind und das ist letztendlich liebe ja ich würde sagen das können wir jetzt einfach mal so stehen lassen ein wunderschönes schlusswort vielen vielen dank fabian für dieses unglaublich inspirierende wunderschöne gespräch es hat mir ganz viel freude bereitet und ich bin mir sicher dass du gerade ganz vielen menschen da ganz viel mitgegeben hast danke dafür und für alle menschen die mit dir in kontakt treten möchten wie erreicht man dich am besten also ich danke auch dir von herzen zunächst dass ich bei dir sein dürfte dass ich auch etwas von all dem mit deinen zuhörern teilen dürfte am besten erreicht man mich ja unter anderem unter instagram unter fabian bolschläger mit ae genauso bei facebook bei youtube teile ich auch einmal die woche ein video und ansonsten was ich noch ans herz lege ist unsere facebook gruppe die ist auch kostenlos und da versuche ich auch den menschen persönlich bei fragen zur seite zu stehen sowie auch mittlerweile wir haben sie erst vor zwei wochen gegründet auch 500 etwa 500 andere mitglieder und da ist es wunderschön dass eben man merkt da ist so viel liebe in dieser gruppe wenn jemand eine frage hat oder probleme hat es kommen direkt so viele menschen die versuchen zu helfen wie gesagt wir also meine frau und ich begleiten diese gruppe auch persönlich und da freuen wir uns immer ganz besonders wenn menschen dabei treten weil wir einfach glauben dass diese gruppe auch einen riesigen einfluss auf die menschen haben kann ansonsten wie gesagt überall auf social media meine bücher gibt es bei amazon das neueste buch gibt es auch das war das erste buch die quelle indias wurde neu veröffentlicht gibt es auch im buchhandel aber letztendlich ja ich sage immer dass das hilfe nicht unbedingt wir hatten jetzt gerade zum beispiel den fall dass auch das letzte was ich sagen möchte dass eine junge mutter bei uns in der gruppe beigetreten ist die wirklich auch finanzielle schwierigkeiten hatte und die sich beispielsweise das buch nicht leisten konnte die quelle india was sie unbedingt aber haben wollte und direkt so viele menschen zu ihr gekommen haben gesagt ich habe noch ein exemplar ich schenke es dir bei mir ist immer wichtig dass hilfe dass das hilfe nicht davon abhängt von den finanziellen möglichkeiten des hilfesuchenden deswegen wenn ich die möglichkeit hätte würde ich zunächst allen empfehlen einfach in unsere gruppe zu kommen weil sie kostenlos ist weil da super viel liebe ist und ja das ist das letzte was ich sagen möchte danke fabian dass du da gewesen bist ich wünsche dir von herzen nur das beste auf dass dich wirklich alle engel immer tragen werden dahin wo du gerne gehen möchtest danke für das schöne gespräch und bis hoffentlich ganz bald ich danke dir vielen lieben dank ich hoffe sehr dass dir dieses interview gefallen hat dass du ganz viel für dich daraus mitnehmen konntest und deine innere spiritualität gerade ein bisschen angeknipst wurde und du da einfach ganz die inspiration für dich finden konntest und wie immer freue ich mich riesig wenn du bei mir bei instagram vorbeischaust laura marina seiler und mir unter dem post von heute deine gedanken zu der folge da lässt was du daraus für dich mitnehmen konntest ja lass uns darüber sprechen uns austauschen uns gegenseitig inspirieren ich freue mich von herzen von dir zu hören und wünsche dir jetzt einen wunderschönen tag einen wundervollen start in dieses neue jahr hoffe von herzen dass es dir gut geht und ich freue mich gerade so sehr denn wir starten jetzt am 6 januar in die rise up in schein uni und ich freue mich auf alle menschen die da mit dabei sind und ja bin einfach voller voller vorfreude auf dieses jahr das wird gigantisch und schicke dir eine große umarmung schön dass es dich gibt rock on und namaste deine laura